Hier haben wir eine Schulkabine, 8, 9, 9, 5, und hier hat man mit Sichtbehinderung, aber die Sichtbehinderung ganz vorne, die ist eigentlich fast gar nichts. Die ist eigentlich schön groß, man hat noch ein ganzes Eckmeer und vielleicht ein bisschen weniger Sonne, aber super schön, das sind eigentlich, ansonsten sind sie wie die anderen auch alle.